Entschuldigen Sie bitte, was ist denn das? Das ist ein Fernsehkühlschrank. Ein was? Ein Fernsehkühlschrank, sehr modern. Ah, sehr komisch. Und das, was ist das? Das ist ein Telefonwaschmaschinen. Ein Telefonwaschmaschinen? Interessant. Ja, sehr interessant und gar nicht teuer. Und das, was ist das? Das da? Das ist eine Mikrowellenradio-Kamera. Ein Mikrowellen-Tornierwetter. Hä? Auch sehr modern und gar nicht teuer. Und das alles funktioniert? Ah, natürlich. Alles funktioniert. Heute. Heute? Na ja, alles funktioniert sehr gut. Heute. Und morgen? Ja, na ja. Das ist auch ein Hybrid-Elektrosäure-Apfer-Mehler. Apfer-Lehmer. Sehr billig und auch sehr modern. Gut, dann bitte den Apfer-Lehmer für morgen. 눈ie. Danke. Das ist auch ideas. Und dann gucken euch��,